Gut, das war genug vorgeplänkel. Jetzt wird das ernst. Na gut. Hausneue. Hausneue. Ich glaube, es gab ein bisschen Pediflationen, aber das sind wir schon. Nein. Nein, da hab ich nichts drin. Lass uns mal rein. 20 oder so. Boah, der 8-Kiss oder 9-Kiss, 13-20 ist ja schon hart, oder? Ja, wir haben zusammen, ich glaube, wieder fast knapp 20 Kilometer verloren. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. 2 Uhr und 2. 2 Uhr und 2 Uhr. 3 Uhr und 3 Uhr. 4 Uhr und 3 Uhr. In Storage Town war es noch nicht. Glaub ich. Was? Ich sagte in Storage Town war es noch nicht. Vielleicht ist bei den Superstores rechts unten auch gutes Loot zu holen. Jetzt sind wir schon noch flüssig dorthin aber. Jaja. Aber vielleicht können wir ja dorthin dann. Ja, da werden die Leute viel aufgeben, glaube ich. Dann werden wir schon, ja. Dann kommen wir an die Torwart. Jetzt kommt einer dorthin, zu uns. Außer das ist Dominik, der am Dach gelandet ist. Nein, ich bin nicht am Dach gelandet. Dann ist einer oben. Wie alt hat ihn gekillt? Prost. Da hinten landen wir noch. Aber da hinten noch welche. Für Zielposition vorrecken. Nein. Jetzt schau ich wieder nach oben. Vorratskiste bereit für die Apollo. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminiert. Bitte? Wenn du willst droppe ich dir die Sniper. Dann hast du wieder keine. Mach mal dann Waffen dorthin. Einfach. Beim nächsten Mal. Und dann habe ich eine Waffe. Bei mir ist irgendeiner. Glaube ich. Genockt am Dach. Wo? Hinter mir, hinter mir wird geschossen. Ich versuche die eine Kiste zu holen, Alex. Ja. Aber die wahrscheinlich weiterfahrende landen wir an die nächste. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Boah, der ist ja auch so scheiße platziert. Ja, man kann doch immer gerne halt langsam. Ja. Tut mir das Haus da vielleicht auch gleich mit. Ja, das mache ich ja. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Was? Was? Stark. Das heißt, wir haben es dann genug Geld für... Corona und unsere Ausrüstung. Ja. Einer von euch droppen nur 200. Kannst 2800 haben. Warte. Nein, wollte ich nicht. Ja, wursch. Dann kaufe ich halt beides. Oh, da habe ich keine Anfahrung an die Gegend hier. Oder? Panzerplatten werden halt nice. Du erhältst deine Ausrüstungslegerung. Ich kann euch jetzt droppen. Jetzt zwei Decks jeweils getroppt. Hier drinnen. Zwei nebeneinander. Das Gas kommt. Danke. Danke. Sein Superstore könnte man halt ein bisschen überschalten. Ich könnte dann einmal die Toder dann aktivieren, wenn wir dort in der Nähe sind. Ja, ein Superstore würde ich dann... Oder halt da fahren. Schau, aber da kann man... Da kann man Munition aufstocken. Will das wer haben? Ja, ich bin eh voll, danke aber. Hier ist eine Milano. Nein. Sobald ich lodere, brauche ich nichts mehr. Okay. Und du eigentlich auch nicht, Norbert. Sollte es was haben, halt. Eine Milano habe ich nicht frei. Ja. Ja, gut. Feindliche Drohne über uns. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Im Superstore dürfte niemand sein. Ja, oder? Ja. Haben. Nein, es dürfte doch noch ungelootet sein, oder? Weil dann sind Kiste noch geschlossen. Vielleicht sollte man da dann... Wenn der Loot gut ist, sollte man da runterkommen dann vielleicht. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Da ist ein Auftrag... Ich markiere mich mal als meistgesuchten. Ah na, das bringt... Naja, das bringt 4200. Naja, nehm... Ehm... Entschuldigung. Entschuldigung. Ach so, da hast du schon einen. Ah ok. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Drum war keine Lupe da. Ich habe gewusst, dass es eine Lupe da war. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Startort. Nur das ist... Weißt du, das ist halt immer schick. Leichte... Leichte Beute halt. Ja. Und ich habe übrigens wieder 10.000. Also ich könnte mir danach noch eine kaufen. Jo. Ah, das sind Gegner. Wir könnten die abfangen, wenn wir auf Strach hinbekommen oder so. Ich habe auch gerade 2.000 wieder aufgesammelt. Süß. Was dann alles? Ja, ich weiß. Was denn? Oder 2.000. Ja. Besser ist nichts. Ne? Da wird man ausgelacht, Alter für 2.000. Ich weiß halt nicht, wie man hier überall auf die ganzen Häuser aufkommt. Außen. Da irgendwo. Da. Wegpunkt markiert. Bewegung. Nimm die Leiter. Nächstes Ziel entdeckt. Da ist irgendwo eine Kiste. Unter uns, wüsste ich. Ja. Aber es sind halt auch unterrum jetzt Gegner. Ich würde jetzt langsam vorsichtig sein wieder. Ja. Ne, sonst hat die letzte Kiste dann nach drüben rum. Ja. Und dort dann zum Shop und... Warte, warte. Ich habe glaube ich einen Autocard. Nein, das war... Nein, das war's für ein... Das war's für ein... Nein, das war ein Präzisionsluftschrank. Ah, okay. Alex, drop deine Platten, wenn du noch welche öffest, bevor du die Panzerungstache aufnimmst. Soll ich die Panzerungstache werfen oder was? Nein, drop die Platten, die du hast und dann nimm die Panzerungstache. Ich hab die Kiste gefunden. Gute Arbeit. Ich hab die Zeige gegeben. Du hast ja nur eine gebraucht. Achso, du hast schon die Panzerungstache, das? Ich hab schon. Also nicht Panzerungstache, ich hab die Panzerungskiste. Achso. Weil ich meinte nämlich, dass du die... Hast du die Panzerungstache nicht, Alex? Nein, ich hab nur eine Panzerungskiste. Ja, warum hast du die Panzerungstache jetzt zugenommen? Wo ist er noch? Ja, ich... Immer bei dieser Luft... Jetzt ist schon weg, Normand hat sie schon. Aber immer bei der Lupe gibt's ja eine Panzerungstache. Achso, da. Ja, das. Aber die wollte ich Normand geben. Weil er braucht immer die Panzerung. Warte, ich... Ich hab die Panzerungskiste. Dahinten wird geschossen. Ich hab die Panzerungskiste. 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 Ich hab eh genug. Ich meinte nur, weil wenn du die Panzerungskiste aufnimmst und du nur die Platten hafst, dann wären die weg. Wo geht der mit geschossen? Tschüss. Jetzt will ich die Panzerungskiste dann langsam brauchen. Da. Feindliche Drohne über uns. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das ist Munition. Achso. Warte, da steht eh nur Munition bei mir. Danke, Alex. Gehen wir Richtung Loadout? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Feindliche Drohne über uns. Wurden wir von dort angeschossen? Ich schon, ja. Nicht von dort? Zur Zielposition vorrücken. Oh, das könnte auch sein. Von da haben wir angeschossen. Markiere Sammelpunkt. Brauchst du das noch Panzerplatten? Wann merken? Nein. Gehen wir Richtung Dings, oder? Oder willst du die Holder drinnen? Nein, ich... Muss nicht unbedingt. Du meinst schießt. Weil die kämpfen gerade. Gegen andere. Ich bin ja schon drinnen, oder? Bin ja auch drinnen, Alex. Bin schon mit dir. Okay. Ich bin auch da. Ich hole mir da ins Gleis. Ohja, das ist halt so risky. Gibt es immer Decken, wenn es geht? Ja. Die Hallen sind auch sehr offen da. Wenn ich zurücklaufe, laufe ich hin, okay? Warte, wo? Ich will die Meg 10 nehmen. Und wenn du noch was nachher kannst du jetzt auch hinlaufen. Das ist ja schon das zweite, oder? Ich habe ja schon die erste Klasse genommen. Ja. Das Gas nähert sich dir! Ähm... Ich würde halt nur gerne noch was kaufen, aber der Schock ist halt viel zu hoch zu gehen. Kopfgeldziel markiert! Ausschalten! Soll ich euch vielleicht einmal das Geld droppen? Weil ich bin immer der Erste, der droppt. Wofür? Das wäre nix was. Ich geh einmal... Schau wie viel Geld wir haben außerdem. Ich geh zum Schock. Da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Die Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ich kaufe Präzisionsschluss vielleicht. Ich auch. Eine Panzerungskiste. Eine Gasmaske. Norbert, kauf dir eine Drohne. Was? Kauf die Drohne Norbert. Kauf die Drohne Norbert. Ich habe dort einen gesehen. Bei der Halle dort. Eine Drohne soll ich kaufen? Ja. Ich geh auf die Drohne auf. 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 Markiere Sammelpunkt. Da bewegt sich was. In der Halle ist einer. Noch. Wieder. Mo, ich bin schossen. Ich bin safe. Ich komme über unten. Ich auch. Ich weiß extra nicht von wo ich geschossen worden bin. Aber, also ich weiß doch von der Richtung. Da laufen zwei. Brücke vor. Das sind im Flugzeug da vor uns drin. Markiere Sammelpunkt. Die sind vorbeigelaufen. Aber einer ist im Flugzeug drin. Er läuft weg. Da ist noch. Und auf Dach ist einer. Er ist runtergeimpft. Er will ihn finischen, Alex. Also, wiederbeleben. Warte, ich komme unter. Ich. Scheiße. Oh, jetzt bin ich tot. Da ist nicht so. Du bist okay. Oh, jetzt bin ich tot. Ich sehe es mir kurz. Warte, bleib. Warte, bleib. Wo ist der? Am Platz? Ja. ja wir sind da dann kämpfen haben ja ich bin da ja aber das ist wieder beschossen ja das ist das ich domenik nicht wiederbeleben soll ich habe jetzt wiederbelebt nein aber ich habe dabei gekommen alles und hat gemacht das ist schon das k.o. oder ohne fenster was der wiederbelebt sicher ich geh aufs dach hoch alles ich habe genug geld für dass ich mir noch eine plattenkiste das glas weitet sich aus sicherheitszone verlegt aber dann hättest du ja self-revive auch ich habe jetzt über die drohne habe ich mal ja jetzt aber vorhin hatte ich klingen wir dann alles also wir können noch warten aber ich muss ich gehe unten und das heißt du kannst darüber springen ich komme nicht so ich muss auch von aber ich komme nicht rein aber er ist jetzt in der ecke ganz ich habe ihn schon gesehen aber wenn du kurz vor tränen bist so ich wäre jetzt oben passt das ist ein paar aber ich habe die aus dem kultus bitte das ist ein paar einen ist genobbt eine ist genobbt nur wer überlebt wird erneut eingesetzt darf eine granate was leert sich dir passt da ist eine panzer panzerungstasche dann für domini na warte 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 da muss noch irgendwo anders sein da war nur knocked ok ich sag mich du mal das gibt's für mich steuer der köstert ganz hinten da ist keiner mehr oder die müsst ihr mich holen wenn ihr Zeit habt halt ja wo ist ganz hinten ich bin tot ich war im gulag achso ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot na aber du sollst in die deckung gehen ja ich lande gleich bei dem haushalt da ist der ganze loot drin ja ja soll ich irgendwas kaufen mit den 9000 kauf dir mal ich will doch einen loadout kaufen noch einen loadout dass ich geist habe ok ausrüstungslieferung ist unterwegs feindliche drohne über uns loadout na du kauf dir self to revive und eine drohne drohne habe ich noch und was soll ich noch kaufen ich hab die müssen wir self to revive selbst wiederbelebung oder was selbst wiederbelebung oder was ja da ist einer in der nähe eine nähe Alex und eine drohne könnte ich noch kaufen ja kann ich auch ein feindliches team jag dich pass auf hab ich gesehen hab ich gesehen wow er wird gesnipet auf mich gegenüber ab einem kauf ab einem neuen stoff zurück zur basis zum nach tanken ich glaube ein superstar das für alle da ist ein weiterer feindlicher manöver was da ist noch ein weiterer einer snoop dort da kommen noch weiterer feindlicher manöver jetzt bitte hast du Clemens Norbert zufällig Rassiste Limonierung. Es geht in der Nähe. Sieht Kontakt! Verstanden! Ignoriert das letzte Streich. Noch einer? War das das Team? Ja, Team Ausgüter, oder? Ja. Wart mal, nicht unsere habe ich. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ich habe einen Shootbreak gemacht dort hinten. Er ist genockt. Ja, er haut irgendwas drauf auf uns. Ich habe den Grundleser gesehen. Was ist der Norbert? Unten. Okay. Wollen wir weiter schon gehen, langsam? Ja, ja. Da hinten war es, würde ich sagen. Achso, ich bin schon vorgegangen. Okay. Na ja, passt schon. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Wegpunkt markiert. Bewegung. Boah. Da haben wir alle runtergeschossen. Ach, okay. Also jetzt wird wieder ins Haus gezogen. Ich wollte mich beim Eingang reinschleiken. Ja, ich wollte mich reinsteigen, falls er um 6 steht. Ich weiß halt nicht nur, Alex, ruhig da hochkommen. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Du bist dran, Soldat. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Ah, er ist draußen. Nein, nein, er ist draußen. Er ist drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Nein. Nein. Alex, komm mal mit da jetzt. Dann muss ich kommen. Wir passen ihn einfach ab hier. Versorgungsstation gefunden. Da links kommt er bei dir. Da hinten ist ein Gegner gewesen. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Wir haben uns wohl zu klein, oder? Ja, ja. Ja, sie haben uns gesehen. Wir haben wieder die Scheiß. So, das nervt mich so. Hauke, wenn ich eine Runde mal die Bühne bin. Wir könnten schnell da drüber, Alex. Setzer Wegpunkt. Ich will nacheinander gehen. Ich geh vor. Was? Nacheinander. Okay, geht schon. Nein. Hast du selbst gehört? Ja, ja. Von wo, Alter? Ich war hinter der Kiste. Oh, wei. Wo hat mich der jetzt geholt? Dachtest du schon mal, Alter? Ganz kitzig. Er sitzt, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Krass. Wir haben uns besiegt, aber wir werden uns revanchieren. Aber wir haben heute immer Zonenpech. Du kannst machen, was du willst. Ja. Das ist natürlich schon, dass wir immer mehr in die Mitte jetzt gehen. Oder uns die Zonen vormarkieren. Ja.